Jetzt machen wir den Balken nochmal, gell? Ja, ganz gut. Toller, du bist ja der Schlauste der Nation. Ganz gut. Ja. Schlau. Schlau. Genau. Langsam, langsam, langsam. Langsam, langsam, langsam. Hier gehen wir wieder langsam, gell? Langsam. Super. Langsam. Hoppala. So ist es richtig. Richtig. Langsam. Langsam. So ist es richtig. Langsam. Schlau. 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 Da ist es. Hoppala. Super. Richtig. Prima. Genau. 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 So ein schlauer kleiner Mann. Das lässt sich wieder selber. Bleib du neben ihr. Bleib du neben ihr. Nur helfen wirklich uns. Einmal hier klopfen. Genau. Deine linke Hand ist zu präsent. Die rechte muss präsenter sein. Die linke Hand hilft nur am Arsch. Jetzt ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Die rechte Hand. Die lebt ihr mit der rechten Hand. Und Futter ruhig auch. Jetzt aus dem Futter. Jetzt. Das muss natürlich immer parat haben. Das sieht sie jetzt nicht. Nimm's ruhig mal vor ihre Nase. Führ sie ruhig mal mit dem Futter. Führ sie mal mit dem Futter. Führ sie mal mit dem Futter. Feine Maus. So ist es richtig. Führ sie mal mit dem Futter. Sonst geht's nicht zu schnell. Und ganz runter. Hey. Si. Ja, voll. So. 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 Du bist ja ein Schlauch. Ach. You. So. 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 Vielen Dank.